Und ja... Leute, ich kann's grad nicht fassen, ich kann's grad nicht fassen. Ich hab grad zwei Stunden lang, zwei Stunden lang... Ich hab zwei Stunden lang die Dummschwärze aufgenommen. Moment, eine Stunde, ah da... Und jetzt zieh ich die, jetzt zieh ich die Facecam rein. Und es geht nicht. Guck mal, Achtung, äh, ich mein, jetzt Achtung, Play. Sie ist von der Millisekunde drinnen, dann ist er draußen. Was? Das war endlich so ein Scheiß, wo man... Da! Wo ich so schön, ich hab ein paar Mal geguckt in die Kamera und mit der Kamera gespielt und hin und her. Das war das perfekte Ding, zwei Stunden hab ich aufgenommen. Ich hab jetzt voll, ich hab tagelang jetzt kein, ähm, Dummschwärzer-Ding gemacht. Da! Jetzt kommt das halt, jetzt lade ich's halt hoch und natürlich lade ich's so. Sicher bin ich hingegangen. Sicher bin ich hingegangen. Und ja, ah! Furios! Wie kennt das denn offen? Moment. So, verdammte Scheiße, das gibt's noch gar nicht. Jetzt ist keine Facecam drin. Ich will nicht sagen, dass das Spiel langweilig ist, aber ich hab an vielen Stellen, wo es halt langweilig war, mit der Kamera gemacht, äh, gearbeitet. Ich hab mir davor noch gedacht, so ein Scheiß, ich hasse Facecam-Aufnahmen, weil man immer so viel vorbereiten muss. Aber okay, aber okay, ich mach's. Ihr, äh, okay. Und dann sowas! Dann fliegt mir die Scheiße um die Ohren! Oh Gott. Ich hab auf die, auf die Kamera gespuckt. Ja, das ist ja noch nicht mal der, der, äh, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ne, es ist schon der Eisberg. Aber die Spitze vorhin war ja auch grandios. Ich nehm meine Audiospur, zieh's rein, äh, irgendwelche verfickten Dateien konnten nicht, äh, äh, geht nicht. Ich hab halt aufgenommen, zwei Stunden am Stück, bis der Speicher voll war. Zack, pff, dann wurden Fraps abgebrochen, das, äh, Aufnahmeprogramm für die Webcam wurde abgebrochen eben. Nur Audacity ist weitergelaufen, wenn das auf die andere Platte geht. Und ich dachte mir, ja gut, ist ja nicht schlimm. Dann hab ich noch ein paar Spiele deinstalliert, äh, damit ich arbeiten kann, damit ich weitermachen kann. Und dann ging der Sound erst nicht. Jetzt muss ich den Sound in einem weiteren Programm umwandeln und splitten. Zum Glück hat er sich immer noch recht gut, also gut an meiner Stimme. Aber die Facecam ist weg. Ich hätt mit, mit der Kamera doof nehmen sollen. Durch meinen Teppich durch den Ohr. Na, ein Schmutzfang. Ne, durch die Haustür, ein Skateboard. Seht ihr da, da ist schon ein bisschen, da, Katzenhaare, muss ich wieder drüber saugen. Ist halt hart, ist halt hart als, äh, als Vollzeit-Youtuber, weißt, hab mal immer viel zu tun. Dann nimmt man einmal, mal wieder, zwei Stunden am Stück auf, das ist doch ne Scheiße. Aber egal. Ich lad jetzt das hier hoch, damit ihr wisst, warum die Facecam nicht dabei ist. Das mach ich jetzt scheinlich schnell das hoch. Dann, nur dass ihr hier einen kleinen Plan habt. Dann hab ich, wie gesagt, If Only, oder Only If heißt es, glaub ich, hab ich gespielt. Ich wollt's bis zum Ende spielen, weil es hat voll Bock gemacht auf einmal. Nach 30 Minuten hab ich mir gedacht, fick das Spiel. Aber nein, es ging, es hat Spaß gemacht. Und dann bei 1,50, 1 Stunde, 50 Minuten nippelt auf einmal alles ab. Also, ich werd das Video hochladen. Danach werde ich, lasst mich jetzt, meckert nicht, wow, jetzt werd ich fast in die Wand gelaufen. Vorsicht. Danach lade ich, dann schneide ich Only If weiter. Ich hab noch ein Video, neues Unboxing, ein Produkt von Vireo, hab ich meine Nichte ausgepackt, mit meiner kleinen, fetten Nichte. Äh, ja, wird ganz putzig. Das kommt dann auch noch, am besten schon gestern. Das ist unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Ich hab, und ich hab auch noch riesen Hunger, schon, guck mal. Ich mach mir grad einen kleinen Männersalat. Weil ich finde, auch als Mann sollte man auf seine Ernährung achten. Und so ein kleiner Männersalat ist schon was. Ist doch zum Kotzen, oder? Es ist wirklich zum Vollkotzen. Welches meine letzten paar Tage geil. Guck mal, da unten im Spiegel, eine weitere Welt. Tja, für alle Fragen, da, komm, ich zeig euch das jetzt noch mal. Ich sag jetzt immer, was ist mit der Kamera, bin du in? Die Kamera benutze ich. Guck, ist wieder der Name nicht da drauf irgendwo? Da. Kamera in Subject. Naja, jetzt wisst ihr, was mich ja so, was ich jetzt gerade für eine Kacke am Laufen habe. Und da macht es natürlich auch noch so viel Spaß, das zu schneiden. Ich hab extra zwei Stunden aufgenommen. Wenn ich jetzt richtig hart schneide, ich glaube, ich hab auch schon, ich hab, da sind wirklich gute Stellen dabei. Dann hab ich damit vielleicht so, äh, fünf Folgen oder sowas. Ah, fünf Minuten. So. Jetzt sind die aber alle nur noch halb so viel wert, weil keine Facecam mehr drin ist. Püpfel hier in deinem Sack herum. Und die Wand ist gar nicht so cool, wie sie aussieht. Ja? Nein, nein, nein. Seht ihr die Wand? Seht ihr, was ich für eine Wand hab? Arschlochwand. Da hält sowas nicht richtig. Eine Schildkrete. Hab lieber kein Flach. Hat man ja wassersauber, ist ja krass, ey. Komm, wir gucken noch mal kurz nach meinem Essen. Ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen grantelig, weil ich voll Hunger hab. Ich hoffe, es macht trotzdem Spaß. Dieses Only If. Ist nicht schlecht, ist schon ein bisschen Mindfuck-mäßig. Also gerade richtig für euch. Oder für mich? Hallo, gell? Ciao, ciao. Hey, Sam. Das sind schon so viele Nachrichten, dass wir dann vom Video kommen. Das sind schon so viele Nachrichten, dass wir dann vom Video kommen.